und herzlich willkommen mein name ist box und das hier ist ein neues altes super cooles projekt und zwar sind wir hier bei der sky family in season 2 und natürlich darf ein ganz bestimmte person nicht fehlen danger hallo genau der darf nicht fehlen der truppläden lassen wir mal außen vor die mutter die mutter von sky family das bin ich das kind der vater die bitch gut ja kurze erklärung der box der kommt ein bisschen später jetzt dazu das projekt hat schon gestartet bloß beim box er hat seine strom- und wasserrechnung nicht bezahlt wie im letzten part erklärt und gut ja ich war im letzten part auch runter gefallen beziehungsweise nicht runter ich wurde von einem skelett getötet und ja gut bei mir gab es jetzt am dienstag keine am mittwoch keine folge trotz alledem sind wieder einige mit dabei und wie immer die gleichen regeln wie auch früher 15 minuten auf dem server ich habe den timer für 14 minuten gestellt dass wir dann pünktlich runter kommen und ich würde sagen wir gehen auf den server in 3 2 1 jetzt das ist aber ganz leise was 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 hier ist da irgendwo ein zombie und ein enderman oh mein gott ich habe einen enderman gehört oh ja ich höre ihn auch und ich sehe ihn auch ich bin auch schon gesehen ich gehe nicht hier nicht bleib weg der tötet mich sowieso nur was haben wir denn schönes der kiste er steht auf unserem gemüse wenn wir sein der macht ich glaube der macht mich gleich aber ja er macht mich kaputt hat jemand schon schwer ja aber du könntest einfach unter dem baum rennen ach nein was wird die kürzeste folge helfer helft mir oh man ich kann einfach nicht helfen er so mit vier herzen es ist eine erste folge es ist hier verziehen na ja gott sei dank ja es ist hier verziehen aber jetzt provoziert bitte nicht noch mal so versteht immer noch da der blöde enderman ja scheiße wieso hast du ihn angeguckt ich möchte ich möchte es nicht sagen aber lieber to ja ich weiß weil ich den spawner nicht gesetzt habe ah ok ich muss mal ganz kurz gucken wie war das ist es ist es ist es keine ahnung verdammt ich muss jetzt die folge gucken alter ich habe jetzt in der band am arsch ja gut von at a war es ne nein verdammt wie war denn das von at p hatte ich komme in der nähe oder das letzte box nee auch nicht oder slash op box und wie denn da ich nicht reinkommen warum zur hölle ist danger eigentlich durchsichtig bei mir echte bin ich das was du selbst sechs noch durch dich durchlaufen Spawnpoint. Spawnpoint. Das geht eh immer. Spawnpoint add a. Und davor noch dash. Genau. Wir haben unsere neuen Einstiegspunkte. Und jetzt kann ich set world spawn. Ich muss das nämlich einmal für die Pox ändern. Ganz kurz vorher. Set world spawn. Ja, ich kann ja auch nichts abbauen übrigens. Ja, ja. Ist richtig. Weil ich doch den world spawn setzten musste für die beiden. Ach so, ja. Jetzt müsste es gehen. So, könnte mal jemand jetzt ein Schwert machen und mir das geben? Am besten dann aber ein Steinschwert, ja? Ja, ja. Boah. Warte mal. Nein, Pox, du bist lebensmüde. Ich hab doch ein Schwert in der Hand. Ja, aber guck mal, wie ich das jetzt gerade mache. Komm doch unter den Baum. Schlag ihn vom Baum aus. Nicht mich schubsen. Ja, das ist eine Idee. Am besten ist nur eine Enderperle. Wer schubsst du denn davon? Das ist ein Danger. Eine Enderperle. Kasse, Kacke. Yay. Und ich hab überlebt. Siehste, Pox, so geht das. Ja, okay. Wäre ich mal gleich unter den Baum gegangen. Ich leg das mal raus. Ich hab's ja gesagt, ne? So, jetzt hab ich's schon gesehen hier. Hier hat jemand, äh, unsere Früchte weiter gepflanzt. Achso. Wollte grad sagen, ich bin unschuldig. Haben wir schon einen Cobbillstone-Igenerator? Ja. Ja, das ist hier. Das ist der. Das da? Ja. Okay, okay. Gut. Ähm. Wir brauchen Äpfel. Alter, was haben wir denn da für Bäume wiederbekommen? Ja, und nicht grad die Besten. Das ist nervig. Boah. Nervig ist ein anderer Ausdruck dafür. Darf ich fragen, warum wir einen Dropper haben? Ähm. Das war für die Teams am Anfang. Aber dadurch, dass dann so wenig da waren, hat sich das nicht gelohnt. So. Ähm, hatte ich jetzt den Timer gestellt? Hast du eigentlich. Hast du gesagt, ja. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Da ist ein Schwert. Das kann ich mir erstmal nehmen. Wir haben schon ein Ender-Portal. Funktioniert das auch? Naja, ich glaub noch nicht. Ich konnt's nicht erkennen grad. Okay. Wo habt ihr denn die Lava her? Wo wir die Lava her haben? Oder das Obsidian, oder? Weiß ja nicht. Ich bin ein bisschen daneben heute, oder? Was war hier in Kisten? So. Also normalerweise sollte das doch funktionieren, Poxo. Kennen. Ach nee, warte mal. Ach, verdammt. Ich bin so. Mh, ja gut, vergesst es. Ich weiß jetzt, warum's nicht funktioniert hat bisher. Hä? Was? Woher? Wie? Ich weiß jetzt, warum das noch nicht funktioniert hat. Wer bin ich? Was machst du hier? Äh, ich komm hier grad nicht hoch. Verdammt. Oh, dieser Baum. Oh, verdammt. Kann mir mal jemand Slaps bringen? Ich brauch Slaps. Warte, wo bist du denn überhaupt? Ich bin beim Enderportal. Wie viel brauchst du denn? Wie viel brauchst du denn? Du hast dich hier so eingegraben, praktisch. Ja, genau. Einfach ein paar Slaps. Ja gut, die ist auch nett. Ja, nein, das ist meine. Die brauch ich. Ach, du willst jetzt hier mit dem Holzblock das Portal anzünden. Genau. Ah, ja. Dann gucken wir mal. Das hatte ich ganz vergessen. Mit dem, hä, wie mit dem Holzblock? Ja. Ich hab den Fehler gemacht, richtig, man kann mit der Lava das anzünden, aber du musst einfach einen Block Holz da drüber setzen, dass da Feuer fängt. Ach so, ja. Die Lava muss das anzünden, darum ging es. Und das hatte ich halt vergessen beim letzten Mal. Ich hab mich nochmal informiert, wie es ging. Ja, wie ging's denn? Ja, ohne, also wie es ohne Feuerzeug ging. So. Oh, ich lebe, ey, ist das göttlich. Die Box, deine Axt. Danke. Ähm. Schön, dass hier auch Bäume sind. Ja. Bäume sind ja so schön hier unsere Versicherung, kann man teilweise sagen, bei einigen Gegnern. Ja, vor allem beim Enderman. Ja, definitiv beim Enderman. Ey, hätten wir jetzt keine Bäume gehabt, ich wäre am Arsch gewesen. Ich glaub, da wären wir alle am Arsch gewesen. Hätte uns nach und nach geholt. Richtig schön ausgedrückt, nach und nach gesnackt. Hä? Oh, das war aber auch jetzt gefährlich. Ich lauf da so auf den, äh, auf den, auf den Zweigen rum, ohne zu wissen, ob unter mir dann noch Holz ist, wenn die weg sind. Hatten wir die Kiste da oben nicht weggeräumt? Aber egal, gut, jetzt, äh, ist das Ding abgefackelt? Alles schön und gut, aber doch, das Portal ist offen. Juhu. Hinten ist auch noch eine Kiste. Hat der auch schon leer gemacht? Total ist offen, jetzt brauche ich wieder die, den Eimer. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt beim letzten Mal den Eimer mit runtergerissen hatte. Hätten wir noch einen Lava-Eimer, habe ich wieder gefunden. Also in den Kisten da hinten ist nichts mehr. Wir haben schon, wir haben schon Tiere. Ja, ja, wir haben alles schon so ein bisschen. Das ist halt jetzt, äh, von dem Aura-Projekt von Unge und so weiter, das ist die Karte. Sagt mir jetzt nichts, gucke ich nicht. Wer ist das überhaupt? Ja, ja, es ist irgendein kleiner YouTuber. Passt so. Ja, mit kleinen YouTuber möchte ich mich nicht so abgeben. Das ist nicht der Rede wert. So, gut, ähm. Halt, hier sollten doch dann andere Bäume hin. Egal. Ähm. Ja, jetzt haben wir hier nur die Eichen gepflanzt und wo sind die ganzen anderen Setzlinge? Wahrscheinlich in der Kiste, aber die Eichen sind, glaube ich, die einzigen, die Äpfel spawnen. Wir haben nur noch die Akazien und die Fichten. Genau, mehr hatten wir auch gar nicht. Doch, doch, wir hatten noch Palme. Ich bin entschuldig. Ach, nö, ich wollte mir eine schöne Palme. Ach, stimmt, wir hatten vier am Anfang. Vier verschiedene, ne? Vier verschiedene Bäume. Ach, nö. Boah, wir hatten ja das Weizen hier. Was, Weizen? Oh! Dann hat der, äh, mit, äh, Knochen, hat er dann hier, ähm, Samen bekommen. Ach, ja, logisch. Ja, sieht man ja auch, sind jetzt Blümchen da. Echt, sind Blümchen da? Oh, Tatsache, stimmt. Blümchen! Blümchen! Oh, Minecraft, warum müsst ihr jedes Mal die Rezepte für irgendwas ändern? Nur weiß ich nicht, ob das hier sinnvoll ist. Ja, wir brauchen ja irgendwo ein Wasser her. Noch. Ja, genau. Für eine unendliche Quelle auf jeden Fall, dann kann man ganz viel machen. Ja, deswegen hab ich mir auch dann einen Eisblock gewünscht. Bei Wassereimer, ich weiß halt nicht, ob Wassereimer wirklich, äh, ne, das ist ja eigentlich, das sind ja zwei Sachen, ne? Ach so. Weil Wasser und Eimer sind ja eigentlich, äh, ne? Wassereimer. Ja, gut, es gibt halt Wasser nur als, äh, Wassereimer. Wasser und Eimer sind Wassereimer. Ja, Tro, erzähl weiter. Ja, 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 ja. Ja, aber wieso hab ich mir denn jetzt, äh, ist das Portal an da unten? Ja, ist es. Und ich hab mir ja ein Dings gewünscht. Ein Feuerzeug. Aber das ist ja jetzt erledigt. Jep. Jedenfalls ist hier alles grün, nicht so wie am Anfang bei uns, was wir als Fehler gemacht hatten, Pox, ne? Also wir haben hier schon anscheinend sehr viel gelernt aus den letzten Folgen. Ja, dir würd ich, würd ich, würd ich fast sagen, oder? Ja, ich meine, du bist auch noch nicht runtergefallen. Klar, du hast gleich innerhalb von ein paar Sekunden einmal den Enderman gesehen, aber hey. Ja, hey, irgendjemand muss es ja tun. Ja, ist klar. Hab uns mal ein bisschen Sicherheit gemacht hier. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich mir jetzt ein Item wünsche oder vorschlage? Zwei. Wo muss ich das reinschreiben? Ja. Also eigentlich dann in, äh, Facebook, dadurch, dass du jetzt halt noch nicht auf Facebook bist. Vielleicht kommst du ja noch darauf, ähm, dann, ja, wie gesagt, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, oh. Und wo wird es dann gevotet? Das wird dann auf, äh, StrawPollMe. Achso, da können dann die Leute, genau. Das sind Slaps hier. Oh Gott. Cool, da müsstest du mir dann halt auch noch den Link geben für meine Videobeschreibung. Äh, Pox, brauchst du was für, ähm, Fackeln? Äh, ich hab, ich hab Fackeln gemacht. Ja, ja, weiß ich ja. Darum, ich, äh, mach jetzt hier grad mal, ähm... Oh, das ist ne gute Idee. Ah, verdammt, nee, das geht nicht. Wir brauchen erst Akazienholz. Ja. Wieso? Warte. Ja, weil ich sonst das nicht da draufsetzen kann. So, da kannst du es schon immer draufsetzen. Achso. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ach, mach mal hier ne Mitte. Und da. Genau, und jetzt will ich ja hier weiterbauen. Okay, ihr bräuchte... Man merkt bei mir unglaublich, dass ich ganz, ganz, ganz selten Vanilla Minecraft spiele, dass ich sonst nur Modded spiele. Was ist denn das da drüben für ein Häuschen? Nicht da hingehen ohne zu sterben. Ich bin schon wieder am Verhungern. Hoffentlich ist die Folge bald vorbei. Ja, mit dem Hunger ist so ein bisschen das Problem, was wir hier haben. Ja, genau. Weil, ähm, ich hab, glaub ich, die Melonen kaputt gemacht. Oh nein. Was? Nö. Ich war das doch. Achso, ja, wir hatten zwei und jetzt haben wir nur noch einen Sätzling, genau. Ja, das andere ist Kürbis. Und jetzt weiß ich mal nicht, ob das da Kürbis ist oder Melone. Das weiß ich auch nicht. Kürbis wäre natürlich sinnlos, weil... Nee, auch nicht, weil wir doch jetzt mehr machen können und, ähm, dann Kuchen. Ah ja, haben wir doch auch, durch die Hühnchen. Bring eins mit. Und da ist schon wieder ein Creeper. Oh nein. Deswegen haben wir einen Schneemann. Box, bevor du das Hühnchen holst, solltest du wahrscheinlich eher erstmal, ähm, Zäune machen, oder? Zäune? Hä, was meinst du denn? Oh, ich dachte, du wolltest das Hühnchen holen. Nein, ich rede, wir haben ja ein Ei. Wir haben ja da drüben ein Hühnchen. Du bringst ein Ei mit, achso. Ich sag doch, ich hab ein Ei am Wandern. Achso. Ja, gut, ich hab nicht richtig zugehört. Okay, wer hört dir auch schon zu? Ja, ne. So, dann brauchen wir noch Milch. Wir haben, uns fehlt nur Mehl jetzt im Moment, oder? Sehe ich das richtig? Äh... Und Zucker. Ja, gut, das ist, ich meinte hier so ein, ähm, Kürbiskuchen. So. Ja, gut. So. Ich hab ja alles für Fackeln platziert. Zum Glück haben wir Schneewelle. Wir haben einen Schneemann. Ach, du hast schon wieder einen Schneemann gebaut, ich glaub's nicht. Ja, ich hab den hier taktisch glück platziert, weil der guckt hier auf die, auf die Brücke. Oh, Äpfel, 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 Essen. Oh, jam. Ja, ich hab auch zwei Äpfel gerade noch gefunden, aber es lohnt sich nicht. Dann hast du ja gleich wieder Hunger. Der hat aber gegessen jetzt gerade, deine zwei Äpfel. Lieber Droh? Ja? Hast du die Zeit im Blick? Ja, ich hab die Zeit im Blick. Noch hat er nicht gepiepst. In zehn Sekunden piepst er und dann haben wir noch eine Minute. Ach so. Das heißt also, alles ganz easy. Boah, diese Ecke gefällt mir auch nicht. Genau, Erde hatte ich gesucht. So. Hast du deiner Frau die Uhr aus der Küche geklaut? Nein, das war mein Handy. Wo sind die Erdblöcke hin? Irgendwer hat noch die Erdblöcke am Sack. Ich glaub's nicht. Ja, ich bin's nicht. Auch da bin ich unschuldig. Ähm. Das gibt's da nicht. Gut, dann würde ich aber mal sagen, dass wir so langsam da runterkommen. Ja. Zombie kommt. Hi. Ähm. Ja, überzieht, wo ich meine. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft's Game Family. Und ich sage, ich bin euer Droh. Haut rein. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ausloggen.